Intro Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minicraft Empire Quiz Ich bin explodiert, als ich gesehen habe, dass ihr einfach schon wieder übel viele neue Empire Quiz erstellt habt Und ich dachte mir so, hä, als ob, guckt mal Leute, passt auf Wir sind letztens hier unten stehen geblieben Und jetzt gibt es hier einfach 1, 2, 3, 4 neue Reihen Es ist der Wahnsinn, ihr könnt immerhin noch weiterhin Empire Quiz erstellen Und ich würde sagen Leute, schaut auf jeden Fall bis zum Ende, ob wir wieder alles insgesamt zusammen wissen Und wir fangen mal an mit Empire Mo Arabella, das klingt doch gut, oder? So, meine lieben Freunde, ey, unnormal wie viele Dinge ihr erstellt habt Willkommen zu meinem Charmin' Run Quiz Oh, zum Thema Empire Mo, viel Spaß Von FC Beacraft erstellt So Leute, wir sind mal gespannt, ob wir alles wissen Ob wir alles über Empire wissen Empire Okay, ja, hier könnte ich ja Theorie nicht runterspringen einfach, oder? Aber wir machen es mal ganz normal So wie sich's gehört So, muss ich da rein? Ja, oder? Oh, okay, jetzt geht's los Wie fandet, äh, wie fandet Mo Empire? Bestes Projekt? Auch, ach das, ach das, totaler Mist Ne, war schon geil Hat schon Spaß gemacht Äh, ich hoffe, das stimmt hier Ja, stimmt, glaub ich Zumindest, ja Ähm, oh Gott Äh, der Gang hat ein Ende Wo wird es weitergehen? War Arabella mal wütend auf Mo? Noch nie Sie war mal wütend auf Mo, aber nicht oft Ja, sie war sehr, sehr wütend sogar Ähm, richtig Perfekt So, dann löschen wir uns Und weiter geht's Ihr müsst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben Schreibt mal Hashtag Empire in die Kommentare Dann kann ich das wieder so machen Dass wir auch bei dem nächsten Empire Quiz Mal wieder vier Leute anzeigen Vorm Video Und schreibt einfach mal Ähm, von der Skala von 1 bis 10 Wie euch Empire gefallen hat So Äh, ach so Frage ist hier Schon wieder ein langer Gang Hatte Mo etwas mit dem Urdrachen zu tun? Ne Ach, der doch nicht Klar, so eine ganze Story War mit ihm War mit dem Urdrachen Ne, nicht einmal Was für ein Urdrachen hier Was labert der? So, auf geht's Weiter geht's Oh mein Gott Das ist ein langer Gang Oh mein Gott Ist das ein langer Gang Komm, 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 komm Komm, 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 komm So Moment Das ist Da ist Tageslicht Ach Oh Gott Ich dachte schon Ich bin jetzt umsonst In die ganz falsche Richtung gelaufen Das wäre richtig schlimm gewesen So Das war anscheinend auch richtig Dann gehen wir mal hier hoch Uuuund Und noch ein Chaminron Alles klar Machen wir Machen wir Ach, das ist ziel Dadooo Mo plus Achapeller Vielen Dank an ftbcraft Für dieses Schöne Quiz Wir gehen direkt ins nächste Meine lieben Freunde So, passt auf Empire Empire Mo Revizinus allgemein Empire Quiz libert Mo Empire Quiz Mo Empire Quiz Klingt gut, oder? Machen wir das mal Hallo, das ist mein erstes Tank Mo, wenn du das liest Kannst du mich grüßen Ich grüße N-Troll HD Vielen Dank für dieses wunderschöne Jambanywani Oh, okay, erste Frage, meine lieben Freunde Wie heißen Moos Kinder? Hans-Peter und Harald Luna und Bruno Hans-Peter und Harald wären eigentlich schöner gewesen, oder? So, das war auf jeden Fall richtig Dann gehen wir direkt ins nächste Und ich hoffe Warte mal, bis jetzt haben wir alles richtig beantwortet, oder? Wenn ich jetzt, wenn ich heute in denen, die ich jetzt noch spiele Alles richtig beantworte, dann Habe ich es verdient, in Empire 2 dabei zu sein Oh Gott, oh mein Gott Hä? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, das war gerade wie auf Droge Das war gerade ganz, ganz seltsam Okay, äh Alles klar Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen Was geht denn hier ab? Ach du Scheiße Guck mal, wir können hacken Oh mein Gott, ich habe die Map gehackt Guckt mal, Leute Ja, lol Yolo So Welche Organisation tritt Moor in Empire bei? Den Illuminaten Der Mafia Den Illuminaten wäre noch geiler gewesen Oh mein Gott, ich habe die Map gehackt Äh Hä? 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 Lauf ich gerade, oder bleibe ich einfach nur hängen? Oder laufe ich zu schnell? Was ist das denn? Guckt mal Hä? Da ist irgendwas Das bin ich Okay, das war es Das war jetzt gerade richtig seltsam Lieber Mo, wenn du das spielst Wenn du das spielst, wollte ich sagen, dass ich lieber Äh Lieber Mo, wenn du das spielst, wollte ich sagen Dass ich deine Videos mega cool finde Lieber Mo und alle anderen Danke, dass ihr meinen Charmemann gespielt habt Kein Problem Vielen Dank Vielen, vielen, vielen Dank Vielen, 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 vielen Dank Haben wir bewertet? Ich glaube schon, ja, haben wir So, dann gehen wir direkt mal noch in Neues, Leute Ich bin gespannt, was wir noch haben Bis jetzt jede Frage richtig Äh, Empire Quiz für Mo 1 Minute 19 Durchschnittszeit Machen wir doch mal So Okay, äh Sieht sehr schick aus Willkommen auf der Map Fremder In dieser Map geht es um Minecraft Empire Ganz einfach, nimm alle Fragen durch und fertig Bild bei Mutanten King Okay Vielen Dank an Mutanten King für diese Map So, dann fangen wir doch mal an In welcher Folge hat es mit der Mafia angefangen? Kanal Petrit Folge 54 Folge 23 Das Ding ist, Petrit hat nicht so viele Folgen Der war so inaktiv Falsch? Hä? Ja, aber ich bin ja trotzdem im nächsten Quiz Also richtig, äh Okay Das hätte ich jetzt nicht gedacht Wann ist Mo aus Empire geflohen? Okay, jetzt haben wir eine Frage falsch Aber das Das ist wieder so eine Frage, die Oh Gott, das sind so Die Hochzeit mit Arabella Ne, ne 186 Folgen habe ich gebracht Krass Läuft, Alter Oh mein Gott Ey, das ist Unglaublich Ähm, weil diese Folgenfragen Die sind Ultraschwer Wer war in Empire nicht dabei? Mo Petrit Revi Das stimmt schon mal Der Erbauer dieser Map Hehe Du warst nicht dabei Nächste Frage Wie war von Mo's Kindern im Krankenhaus? Ja, beide Hä? Beide? Eigentlich beide Aber ich denke mal Ich meinte Luna bei der Operation Aber eigentlich waren ja beide im Krankenhaus Mein Bruder wurde ja irgendwann mal geboren, oder? War Empire eine Mafia? Also Empire war nicht eine Mafia, aber Es gab in Empire eine Mafia Schade, leider kein Chumman, sorry Aber jetzt Bewertest du Mein Level Alles klar Vielen, vielen, vielen Dank An Mutanten King Für Dieses Chumman One So Machen wir direkt noch eins, Leute Passt mal auf Mo's Leben in Empire Geht 54 Sekunden Durchschnittszeit Alles klar Bin ich gespannt Da bin ich gespannt Hallo Mo und andere Leute Mo, kannst du mich bitte beim nächsten Video grüßen? Ich grüße Lol, up you Luna, Bruno Wie heißen Mo's Kinder? A0, O0 Alles klar Äh Luna und Bruno natürlich Also wenn ich das vergessen würde Das wäre ja Das wäre ja schlimm So, gehen wir mal hier rein Ist Mo in der Mafia? Ja Nein Ein Stern Noch zwei Sterne Da kommt Helikopter Ähm, ja, bin ich Richtig Ja, moin Kann man mal machen Muss man aber nicht You are already locked on this server Äh Ja, Leute Äh Alles klar Minecraft Timoya Äh, Craft Attack Äh Ah Okay Timoya Ah Okay Das war jetzt Das war jetzt Sehr, 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 sehr komisch Keine Ahnung Was jetzt los war Empire Wir machen nochmal schnell Dieses eine Quiz Von gerade eben, Leute Mo's Leben in Empire Weil das wäre sonst gemein So Wir waren direkt hier reingegangen Das war nämlich richtig Dann die nächste Frage war Oh Noch ein Stern Okay, jetzt haben wir einen Stern Ähm, die nächste Frage war Mafia, glaube ich Ist im Moment der Mafia, ja Zwei Sterne, noch ein Stern Und die Der Polizei Zeichnhelikopter kommt Ach du Scheiße So, nächste Frage Wie heißt Mo's Frau? Arabella oder Arabella mit Zwei R Mit einem Also wenn ihr Bock habt Auf einem Vlog mit Arabella Wo ich mich mit ihr treffe Daumen hoch, Leute Oh, ich hab nur zwei Sterne Richtig Danke fürs Mitmachen, Mo Bitte grüß mich bitte Ich grüß lol Ab you So, sehr gut, sehr gut, sehr gut Ähm, ich würde sagen Eins machen wir noch, Leute Eins machen wir noch Da wir jetzt hier eine kleine Unterbrechung hatten Empire Quiz Wir machen mal Empire Vielleicht Ah, okay Das Das sieht aber auch geil aus Das sieht richtig geil aus Das sollte Mo werden Ja Sieht irgendwie Sieht irgendwie geil aus Geiler aus Keine Ahnung Okay Los geht's Oh, ein Labyrinth Wir können springen Und gucken, wo wir hin müssen Ja, okay Das ist ja auch nicht so ein großartiges Labyrinth Da gehen wir mal hier rein Dann gehen wir mal Da rein Ui Äh Alles klar Also ich glaube das ist kein Quiz Ich glaube das ist einfach Was ist das? Ist das ein langer Weg Wo ich lang laufen muss? Bitte nicht wie der andere Weg Bitte nicht Na gut Also Leute Dann verabschiede ich mich schon mal von euch Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Däumchen nach oben da Ähm Wir Äh Ihr könnt gerne immer weiterhin Äh Einen Quiz erstellen Einfach mit dem Namen Empire Mo Quiz oder so Irgendwie so Und ich nehm die auf jeden Fall Ich bedanke mich auch bei euch Ich bedanke mich jetzt auch bei Black Freak 2000 Dass ich hier so einen elenden langen Weg lang laufen muss Und Meine lieben Freunde Habt ihr Bock auf Empire 2? Ja, habt ihr natürlich Und habt ihr Bock auf eine Vlog mit Arabella? Habt ihr bestimmt auch Deswegen Daumen hoch Und ich glaube ich laufe hier noch 10 Jahre Ich glaube ich laufe noch 20 Jahre Tschüss Tschüss